Und? Einer hier. Zweie hier. Zweie da. Also sind auf 1 auf 2, weil die Wacken sind nicht wieder. Ach ja, zwei. Zwei, zwei. Dann sind wir da. Ja, hier mal hin oder was? Soll ich nen Mörserruf regnen lassen? Ding mal ganz kurz. Der ist drüben im Sägewerk. Was war die? Hä? Ne, jetzt ist er so gelaufen. Okay. Na dann? Der war hinten. Oh ja, der hängt auf dem Dach, hängen sie rum. Zweier, Bäder. Ja, okay. Ey, warum treffe ich die denn, ey? Ich mach keine Hütter an den. Lass mal nen Mörserruf regnen. Von der anderen Seite geschossen, aber... Wieder angehittet. Ja, na. Die sind jetzt hier hinten lang, also nach vorne, aber... auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Schön. Da war zwei drauf. Shit, shit. Ich muss... Nein! Ich hab vergessen nachzuladen. Ja, der ist hier. Der geht jetzt gerade hoch, oder steht da? Weiß ich nicht. Ne, der ist oben. Oben auf dem Dach. Problem ist, hier kommen die anderen jetzt irgendwann... Mhm. Ich hoffe, dass der looten will. Dass er seinen Kumpel da looten will. Die Röhre durchgucken. Also eben war er ganz oben auf dem... Ja, war ja. Ja, guck wieder die andere Seite. Der probiert mich, ähm, wegzumachen. Hätt ich mal jetzt den Mörser hinlassen. Seht ihr noch den hier nicht? Mal angehittet wieder nur. Was macht der denn da? So richtig zielen tut er nicht. Mal jetzt den. Also was ja gut ist. Ich hoffe, wir müssen jetzt den gestehen. Und mich haben wir getroffen. Ja, ich hab nur schon ein paar Mal getroffen. Wieder getroffen. Ich bin da jetzt drin. Hab'n. Hab'n. Na gut. Ach, die haben bestimmt einen Kontaktbomben hier hingelegt. Das ist ja meist so auf der Treppe. Mh, naja. Aber kann nicht sein, dass die Dings kommt. Der Drop etwa schon. Okay. Ah ne, ah ne. Ich hab auch gerade gehört. Irgendwie so, äh, als wenn ein Flugzeug kommt. Ja, als wenn die schon... Nee, als wenn die Dings schon so knistert. Als wenn sie schon kaputt ist. Aber... Die knistert jetzt wohl allgemein. Oder... Oh, jetzt ist er abgestürzt. Warte mal, die anderen waren da oben. Na, jetzt muss er gekommen sein. Stimmt. Willst du da hin nur looten? Meiner hat nur ne VZ gehabt. Ne, kannst du mal da oben looten, wenn du da oben eh bist. Achso, nein. Geh' noch mal hoch. Vielleicht hat der ja was besseres beigehabt. Oh, ein Steg hier so auf dem Präsentierteller. Uh, ja. Da pingt was. Da pingt was? Wohin? Ah, da. Äh, Scope war meinig. Hat mich getroffen. Na, gibt's doch nicht. Das muss ein Dreierteam sein. Da waren mehrere. Das war nicht nur einer gerade. Okay. So relativ weit vorne jetzt so. Oh. Von da hinten. Die schießen aus dem Wald raus. Sie liegen da. Ich kann deinen nicht looten. Geht nicht. Denn... Oh, pass auf. Hier tut oberts Scope nicht. Klappen. Schön. Diese Aufgaben, die machen die alle dicht hier. Siehst du gar nicht mehr. Jaja, du siehst nichts mehr. Weil nur noch laufend Aufgaben oft ploppen. Wenn ich auch sehr doof gelöst. Ja, absolut. Um ehrlich zu sein. So, ihn hab ich. Ja, wo sind jetzt die anderen? Ich könnt höchst'n pingen. Soll ich? Nö, ne. Inner war da irgendwie, ne? Hm. Jaja, und dann noch weiter links. Hat mich was angeschossen. Hab ich grad scoped, ne? Ich seh grad keinen. Hm? Äh... Soll ich irgendwo rinschießen? Hier hat's grad gescoped. Kann nicht sein. Oder hab ich mir grad eingebüttet. Könnte auch sein, dass ich so eingebüttet hab. Ich. Oh. Also ich renne wie ein Wiesel, ne? Wo soll ich ne Granate rinschmeißen? Ich denke da ist auch irgendwo. Nö, kein Hit. Ich ping mal. Äh ne, die sind hier oben jetzt. Die gehen am Felsen lang. also es wurde jedenfalls der störsender die wollen zum drop los schnell zum top wo waren wir zurück runter wollen zum drop grundsätzlich nehmen ist auf der straße müssen aber aufpassen falls die anderen bieten auch das ding ab im kategorien das in der baumschule hingen und dann ich bin rechts hier unten ja ja jetzt nehmen wir den ofen du willst schon dass es hier nicht darum geht als erster durchs ziel zu sein er war da im busch hier hier drüben also da drüben er da war schon gelegen oder ist hier an die gelegen hat sich darin geschmissen immer pink kann ich nur aber deine schlussfeuern keine funksignale erkannt entweder liegen irgendwo welche noch mit dem stör sender oder die sind rausgegangen also ich hab schon den drops ich würde jetzt genau wo es gehen wo ist der letzte hin wo ist der letzte da fehlen eigentlich drei ja ein team und ja also entweder befindet er sich noch im störbereich dass er da weiterhin sitzt einfach anfänger fehler aber ich dachte so vielleicht hat ja glück meistens also zu 99,9 prozent glück dass die alarmanlage nicht los geht okay war gerade eben nicht so der fall ich bin gespannt ob der dritte drop jetzt mal genommen wird von seinem fly ist der im störbereich zurückgelaufen und ist da drin gewesen noch wie ich sage so bist du links von mir ne ne ich bin rechts von dir ja das ist schon geil voll zuversichtlich so wird schon stimmt oh knosper knosper knasperkneischchen ach in einer begegnung muss ich 120 sekunden ich bin ja in einer begegnung muss ich 1000 meter mit einem drop rennen Nee, muss ich 120 Sekunden in der Strahlungswolke bleiben? Ja, dann musst du dir ja Koffi... äh, Dingsbums hier, wie heißt er denn das? Jod mitnehmen. Geht ja sonst gar nicht. Naja, Jod. Der Kopf ist noch da, der Letzte. Aber ich fandest du jetzt die L86, äh... Gut, gut. Echt, ja? Gibt's nicht so richtig, äh... Ja, find's gut. Im Lauf war ich jetzt nicht. Hier kannst du nehmen. Okay, ich krieg nie mehr Warten. Zwei Komponenten. Und ich hab noch nicht mal die... Nee, das ist doof. Oh, okay, jetzt haben wir drei Kills. Sehr geil. Drei Kopfschlüsse. Was doch? Sehr gut. Ah, wieder ein Stück näher an den 1-HKB. Drei k